Lass es geschehen YouTube und herzlich Willkommen zu Battlefield Bad Company. Heute mit Goldschlappi nicht als Co-Moderator, sondern gleich mal als integrierten Soldaten. Ja, neuer Partner ist Glück von Bad Company 2. Da sehe ich auch direkt ein. Pareck, treffe ihn nicht und er ist tot. Böser Junge. Gut. So und ich spiele heute mit der Sparse 12. Jetzt aber mal ohne dieses, ähm, es gibt so ein Upgrade. Wow. Karl Gustav. Okay, einmal hab ich schon getroffen. Karl Gustav. Jetzt ist er weggerannt. Der Karl hat schon eine coole Waffe gemacht, ne? Der Karl ist, oh, Daumen hoch für Karl, ne? Ich glaube, ich nehm doch nicht die Sparse. Ich nehm was Schnelles. Vor dir rechts sind welche. Also, wir nehmen mal das Update hier drein. Oder was? Ne, wir nehmen mal doch eine andere Waffe. Wollen wir mal... Boah, was sollen wir denn mal nehmen, ey? Das ist voll langweilig. Was spiele ich denn so selten, Sunny? Hier vorne war einer im Haus. Der ist jetzt aber irgendwie weg. Weg. So, ich bin mal abgewichst und packe mir hier mal ein Dings hin. Spawn, die Packe. Alter, ich seh ihn doch. Ja, klar. Alter, das leckt voll, Mann. Mein Ping ist 129. Why? Oh. 3 zu 2, voll schlecht. Alter, Alter. Warte mal schlappig. Spawn mal bei dir. Hä, wie bist du da oben reingekommen? Mal weg, mal weg. Nein. Mann. Ja, klar, Alter. Haha. Er kommt auf Nahkampf mit einer Sniper und haut nicht weg. Ja, das ist... Ja. Schon klar, ey. Aber irgendwie leckt das. Was, der Leiter sich immer rausnehmen, oder? Ja, voll dreist, ey. Kofferkinder. Kofferkinder. Um Gottes Willen, nein. Yeah, ich bin nur noch ein Geschütz. Ja, ja, ich... Komisch, die ist Geschütz. LOL, geheilt plus 10. Alter, bei Battlefield 3 kriegst du ja richtig viele Punkte fürs geheilt, ne? Ja. Baaam, Alter. Ja, das leckt ganz schön, eben gerade auch bei mir. Bin ich doch nicht so paranoid, ey. Ey, ich hab ihn gekillt. Nein, da oben, ey. Weißt du, was ich jetzt mache? Nein. Ich mach jetzt... Ich jag jetzt das Haus in die Luft, Alter. Aber wenn die jetzt da reingehen... Hast du das Z4 hingekriegt, Robert? Jo. Baaam. Und jetzt stürzt das Haus ein. Jetzt könnt ihr da ruhig reingehen und versuchen zu defusen. Oh Gott. Ich bin so böse. Irgendwie leckt das, ne? Kann das sein? Ja. Ich komm hier kaum die Treppe hoch, weil man immer so zurückgesetzt wird und alles. Läuft das Dach. Granata. Da vorne sind sie im Haus. Ich wollte gerade ins Herzen wegkommen. Bam. Der erste Headshot. Der zweite Headshot. Die sind da vorne in dem Haus drin, ne? Ja, ich hab da... Eingetubed, aber... Ich hab schon wieder jemanden erwischt. Jo, der ist gut. Wieder ein Headshot. Na? Hier vorne ist noch einer. Und der ist auch tot. Ist dieser Marco-Fotz-Kopf noch drin, der geschrieben hat, dass es easy ist? Na, na. Dann will ich mal wissen, ob er das jetzt auch noch easy findet. Nein, 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 nein. Nicht C4. Boah, ey. Boah, das leckt ganz schön, ne? Die stehlen wir hier alle. Stehen sie dir deine Kilt. Lol, da hinten ist einer. Okay, der wurde getötet. Verrecken. Mann, ey, warum verrecken die alle denn? Nicht verarschen. Das ist einfach kein Steil, Digga. Weil das ist hier zu krass leckt. Oh, jetzt gehen sie raus. Ja, da vorne läuft einer. Einmal getroffen. Und bam, weg. Boah, komm schon. Haben voll den Kopftreffer verpasst, ey. Boah, das ist so unglaublich. Schieß die ganze Zeit auf ihn. Eight, five versus eight. Lol, ja, die gehen doch raus. Was sollen wir denn machen? Warreck, warreck, yeah. Alter, Ping ist richtig kacke. Ich hab'n Ping von 500, warum? What the fuck? Bist du grad am Video hochladen? Ja. Ja, aber ich hab'n voll limitiert. Ja, dann limitier' das noch mehr, ey. Weil, so krass. Ich hab'n schon auf 2, 3, 3 limitiert. Ja, dann mach's noch mehr, ey. Oder mach's kurz, pausier's einfach, solange wir aufnehmen. Hier vorne oben, snipert jemand. Boah! Alter, 13-4 hab' ich. Der hat mich grade richtig weggehauen mit ner... mit ner... MG3, ey, dieser Kack-Noob. Pass auf, oben im Geschütz, rechts im Haus, da ist jemand drin, ne? Bam! Voll den Headshot gegeben. Ich hau' die alle mit Headshots weg. Alter, dieses Bass ist so krass, ne? Wenn du damit wirklich gut zielen kannst, weil das Fadenkreuz geht ja komplett zusammen und du triffst einmal den Kopf, dann sind die Gegner weg. WTF vor mir ist'n, äh, Panzer. Panzer. Ach, ey, was sind das für'n Loser, Mann. Oh, wie ich das immer heiße. Wieso kommen die jetzt hier alle hoch? Pass auf, Schlappi, vor dir rechts... ist'n Panzer. LOL! Er steht aber vor dir und liegt'n Carl Gustav nach. Ey, was soll der Dreck, Alter. Dieser Buster... Ja, Carl Gustav und der Panzer. Der krank. Leute, der Panzer hat also immer gepandelt. Deswegen spawne ich eigentlich nie bei Leuten. Ich spawne am liebsten immer ganz hinten. Oh, geh, Junge! Einmal hab' ich ihn getroffen. Barm und wieder getroffen. Alter, die M1911 rockt. Die macht echt Party. Ja, die hat auch gemacht. Alter, und hier ist die aber ganz besonders krass. Und schon wieder einen weggehauen. Hier links neben mir hat jemand geschrien, ey. Warte mal, ich muss mal nachladen. Das Panzer kriechtet voll nicht hin. Ich werd' nicht machen, da der Krieg nicht nach unten. Die dumm oder so. Alter, ich hau' dir die ganze Zeit nur die Leute mit ner M1911 weg. Warte, ich versuch' mal, zu dem Panzer zu kommen. Warte, ich bin hinter dem Panzer gewesen. Und hier verfolgt mich einer, ey. Ja, da werden gekillt. Messern! Knife! Oh, 22-6. Ich bin böse, ey. Mann, lass mich durch, du abgefuckter Pisser! Ja, hey. Oh, ne Kante. Der hat hier einfach rein. Alter, die M1911 ist so brutal, ne? Oh. Hä? AC4, ich hab' gedacht, die Kalkustab wäre. Lappel ist extrem gewesen. Alter, ey. Nimm mal die 870 mit diesen Upgrade, man. Das ist übertrieben krass. Da kommt jemand rein. Und da ist er, ey. Weggehauen. Ja, Mann. Ich seh' nur, wie viele Leute auf ihn schießen. Alle Tüben davon raus. Bam, schon wieder eingekillt. Ey, jetzt geh' ich voll ab, Alter. Zum Glück nehm' ich das jetzt auf. Ja, du hast 500 da jetzt, ne? 450, das wird immer besser. 400, ey, boah. Es kann nur besser werden. Komm, wie hoch ich werf kann. Ja, ich komm' nicht durch den Zaun durch. Boah, Alter, wie ich mich grad erschrocken habe, ey. Ja, klar. Natürlich. Ich steig' in... Ich steig' ins Fahrzeug und sofort fliegt ein AT auf mich. Mit Sicherheit. Ja, wir brauchen diesen einen Panzer, der das Geschütz oben hat. Die ist zur Geschütz, oder die ist komisch, wo man oben drauf sitzt? Dieses... Da, wo man oben drauf sitzt. Wo der Panzer jetzt. Da, wo der Typ drin ist. Warte, warte. Warte auf mich. Ich raste aus, wenn du nicht stehen bleibst. Alter, du dummes Kind, ey. Deine Mutter hat gelitten. Bei deiner Geburt, ey. Voll übertrieben. Ja, Sonne, Leute, hasse ich. Weißt du das? Komm, wie dumm der Typ fährt. Guck dir das doch mal an. Alter, ich hol' den jetzt auf dem Amt Körner runter, ey. Endlich ist er weg. Oh, wer nervt denn jetzt schon wieder? Mein Gott, ey. Leute, sucht euch mal ein Hobby. Kann ja nicht sein. Stabby, was ist los mit dir, Alter? 7 zu 6. Und dein Ping wird immer höher. Nicht niedriger. Geil, mein Ping. Voll abgefuckt. Ich lade gerade mal nach, ey. Meine ganzen Waffen. Hier muss irgendwo ein Sniper sein. Hier ist Pip Pip Pip. Hier wird auch ein Sniper. Guck mal, du bist gescheitzt. An die M1911, also die Waffe geht, ich glaube, das ist sogar die beste Handfeuerwaffe, die ich kenne. Guck mal, wie er wegläuft. Guck mal, wie er wegläuft. Kleine Muschi. Ich nehm mal von denen den Panzer, ne? Ich nehm mal von denen den Panzer, ne? Ach man, das vergesse ich immer wieder, dass man auf, wenn man schießen macht, das C4 wirft. Und nicht andersrum. Voll komisch gemacht, ne? Ja, ein bisschen... Ein bisschen arg merkwürdig. Oh, hier ist der Panzer. Nein, 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 nein. Oh, der Panzer. Ja, ja, ich hab grad C4... Ich hab ihn getroffen. Bam, beschädigt schon. Und weg ist er. Nice. Alter, das Game leckt. Das ist abartig, Mann. Boah, ist das scheiße. Wieso leckt der Dreck so? Das leckt ohne Ende. Aber ich nehm jetzt mal ne andere Waffe. Ich nehm jetzt mal ne 416 wieder. Meine Lieblingsknache. Oh, ich weiß nicht, ich will den Messern. Ich versuch ins Messer. Ey, glaub rechts rum, ich geh hinten links. Oh, ich hab ihn. Er wollte auf mich zwischen... Schieb... Geht aber noch einer. Er wollte auf mich schießen. Wo denn? Ich hab grad keinen gehört. Ja, das war doch der eben. Den wir abgeballert haben. Brauchst du Muni? Hier. Ja. Hier, Mausi. Boah, wie lieb ich zu dir bin, ne? LOL. Voll gerade im Boden drin. Ja? Irgendwie leckt das hier. LOL. Deine Beine. Bewegen sich meine Beine, wenn ich mich drehe. Guck mal. Bisschen. Ja, deine Beine machen so ein X. LOL. Deine Beine drehen sich ineinander. Ist das bei mir auch so? Scheiße. Warte mal, guck mal. Dreht sich das bei mir auch so? Deine Beine bewegen sich ganz normal. Ja, deine Beine bleiben so stehen und drehen sich übereinander so weg. So ineinander durch. Geil. Ja, das können echte Menschen. Das können trainierte Gymnastiaten. Immer noch? Geil, das muss ich mir auch anschauen, ne? Irgendwas läuft da vorne. Alter, das leckt das Game. Ey, das ist brutal, ey. Das ist so ekelhaft. Surprise! So dass ich nicht mal die Leute richtig treffe. So, ich auch. Nein. Komisch, der Server. Leck, Server. Entschuldigung! Ich habe mit Abstand den höchsten Pingel. Da ist jemand. Wozu ist der eigentlich nur für Rutschi-Server raus, wo man immer sein Knie-Zen hat? Ja, klar. Ich kneife ihn, ey. Hast du ihn? Geil. Ich wollte ihn. Oh, lol. Ja, ich habe ihn gemessert. Wie cool ist das denn? Das leckt so, Alter. Ist das echt ein Russen-Server oder was? Ja, keine Ahnung. Bestimmt steht der Server irgendwo in Afrika. Ja, klar. Der eine spawnt und schießt sofort mich tot. Schießt sofort mich tot, ey. Ja, das Ding ist einfach hier bei uns gerade richtig scheiße. Digga, der Typ merkt nicht, wie er von hinten angeschossen wird. Wie dumm muss man sein? Er ist so hässlich. Er legt Mien auf den Boden vor eine Haustür, als wenn wir die auslösen. Wir sind doch nicht so fett wie Panzer, Alter. Ja, das hast du ja nicht gemacht. Hier wird nichts defused, du Fotze. Du Vaginal. Ja. Der war hinter der Wand. Der war schon hinter der Wand. Ich kenne die Trost, der Bär. Voll egal. Der Ding von dem Game ist so geil. Weißt du eben auch? Oh, 35-11 habe ich. Voll schwul. Da kommt einer. Ich kann ihn nicht mit meiner Vollautomatik treffen, aber mit der Pistole hau ich ihn weg. Gut Game, lol. Guck mal dran, was du gg-lol. Gg-lol. Gg-easy. Guck mal am geilsten. Ja, Mann. Aber trotzdem, wir haben sie gut gepound. Ich habe 35-11. Ne, 3er-KD. Alter, 12-7. Mit so einem Ping noch 12-7 zu schaffen. Ja, das ist echt Daumen hoch. Ja, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.